Der Dermatologe Dr. Brand gilt als weltgrößter Verbraucher von Botox und als Pionier, die Form eines Gesichts zu verändern, ganz ohne plastische Chirurgie. Mit gezielten Stichen verpasst er seinen Patienten seine Spezialität, ein New New Face. Sein Mittel dafür? Hyaluronsäure. Ein Füllstoff aus Zuckermolekülen, die 6000 Mal mehr Wasser binden können, als sie wiegen und damit bei Brands Patienten an den richtigen Stellen für mehr Volumen sorgen. Als sie werden, aber ich sage, Sie wollen nicht Ihre Face gehen. Sie können sich nicht mit ihr, aber Sie können sich nicht mit ihr, aber Sie können sich nicht mit ihr. So Sie müssen sich das nachher zu gehen. Das ist toll. Vielen Dank. Ich denke, wenn Sie sich wirklich nicht wirklich, dass es nicht nur die Fülle und die Fülle nicht nur die Fülle und die Fülle nicht nur die Fülle, sondern auch die Fülle nicht nur die Fülle. Und das ist das wo der New New Face kommt. Denn als wir age sind, die Fülle nicht fallen und wir werden sehr holl in die Fülle nicht fallen. Und wenn man auf junge Gesichter schaut, sind sie sehr voll in der Oberfläche. Man will nicht voll die unteren Gesichter füllen und die Schmerzen zu viel füllen, weil das nicht, obwohl man vielleicht die Länge eliminieren kann, das nicht das junge, ästhetische, schönes, schönes Look gibt. Neben prallen Wangenknochen durch Hyaluron ist Botox für Dr. Brand ein wichtiges Mittel, ein New New Face zu formen. Denn gespritzt wird das Nervengift, das Muskeln lähmt, an Stellen fernab von Zornesfalten und Krähenfüßen. Ausprobiert hat Dr. Brand diese Technik natürlich zuerst an sich selbst. Sein Gesicht inzwischen ein Kunstwerk, das er gerne zur Schau stellt. Entworfen von ihm persönlich, zu Forschungszwecken, wie er sagt. Denn eitel ist der 60-Jährige überhaupt nicht. Wenn Dr. Brand spritzt, braucht er keine Betäubungsmittel. Lieber sinkt er seine Patienten ruhig. Seine Nadeln gehen dabei durch die Haut, als gäbe es keine Barrieren, außer ästhetische vielleicht. Doch beim Anblick von Dr. Brands Patienten wird man den Eindruck nicht los, dass die regelmäßigen Touch-Ups auch Statussymbol sind. Nur so lässt sich erklären, warum sie bis zu 7.000 Dollar pro Behandlung ausgeben, um danach auszusehen, als hätte hier das Messer nachgeholfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017